Herzlich willkommen zur katholischen Presseschau. Der Deutsche Bundestag beschloss die Ehe für alle. Papst Franziskus greift in den Leitungsstreit im nigerianischen Bistum Ahiara ein. Und der christliche Sender Radio Horeb feierte sein 20-jähriges Bestehen. Über diese Themen geht es in der heutigen Sendung. Ich freue mich, dass Regina Einig von der katholischen Tageszeitung Die Tagespost ins Studio gekommen ist. Sie wird die Ereignisse aus Kirche und Welt kommentieren. Herzlich willkommen, Frau Einig. Grüß Gott, Herr Blomberg. Sie kam schneller als alle erwartet hatten. Die Ehe für alle. Bislang war den Abgeordneten in Berlin und den Wählern in der gesamten Bundesrepublik klar, die christlich-demokratische Union wird nicht zulassen, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft zwischen Schwulen und Lesben der Ehe völlig gleichgestellt wird. Diese Ungleichheit ist schließlich im aktuellen Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD festgeschrieben. Doch im Hinblick auf die Bundestagswahl im September drohte die SPD, einen neuen Koalitionsvertrag wird es mit der SPD nur geben, wenn die Ehe für alle darin vereinbart wird. Und so knickte die Bundeskanzlerin und CDU-Parteichefin Angela Merkel ein. Schon in jüngerer Vergangenheit hatte der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach beklagt, dass seine Partei unter der Führung von Angela Merkel Teile ihrer konservativen Wählerschaft heimatlos gemacht hat. Das Nachrichtenmagazin Fokus indes ist voller Bewunderung für die Kanzlerin. Auf der Titelseite seiner Ausgabe vom 1. Juli nennt es Angela Merkel »Die Frau, die sich was traut« und im Innenteil lobt Fokus »In Berlin räumt die Kanzlerin das Streitthema Ehe für alle ab«. Frau Einig, die Christen haben sich seit Jahrzehnten auf das C verlassen im Parteinamen CDU. Nun sind sie einmal mehr enttäuscht worden. In welchem Maß muss die CDU und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der nächsten Bundestagswahl mit Konsequenzen rechnen? Bei der nächsten Bundestagswahl wird sich sicher zeigen, dass die Politikverdrossenheit, die sich ja schon seit Jahren in einem wertkonservativen Wählerspektrum abzeichnet, noch weiter zugenommen hat. Ein Indikator dafür sind sicher die zunehmenden Parteiaustritte. Nach dem Bundestagsbeschluss für die Ehe für alle haben sich langjährige CDU-Mitglieder dazu entschlossen, ihrer Partei endgültig den Rücken zu kehren. Und das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben bei den Wahlen. Ich persönlich rechne damit, dass sich weniger überzeugte Christen bei den Wahlen beteiligen. Und sich allgemein auch in den Medien, in den sozialen Netzwerken noch stärker der Tenor verbreitet, dass das C der Unionsparteien nur noch heiße Luft ist. Für die Väter und Mütter des Grundgesetzes stand im Jahr 1949 fest, Ehe, das ist eine vertraglich gesicherte Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Diese Verbindung verdient in ihren Augen eine besondere Förderung. Daher formuliert Artikel 6 Absatz 1, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Dieser besondere Schutz der Ehe von Mann und Frau ist nun obsolet geworden. Das finden viele auch gut so. So beschreibt Matthias Trubinski von der Süddeutschen Zeitung in der Wochenendausgabe vom 1.2. Juli in seinem Artikel Die Ehe für alle nimmt den heterosexuellen Ehen nichts und gibt den homosexuellen Paaren alles. Eines Tages wird man staunen, dass man dies je anders gesehen hat. Frau Einig, was mag die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1949 bewegt haben? Die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau unter den besonderen Schutz des Staates zu stellen. Inwiefern kommt eine Ehe zwischen Mann und Frau der gesamten Gesellschaft zugute? Für die Väter und Mütter des Grundgesetzes war die Ehe keine isoliert zu betrachtende Institution, sondern Ehe und Familie stehen in der Verfassung nicht nur sprachlich nebeneinander, sondern sie stehen auch in einem Sinnzusammenhang. Für die Väter und Mütter des Grundgesetzes ist die Ehe ja der erste Schritt zur Familiengründung. Und in diesem Zusammenhang wird natürlich auch die Leistung gesehen und der Beitrag, den Eheleute, wenn sie Eltern werden, für die Gesellschaft leisten. Sie sichern unseren Generationenvertrag, ohne den unsere Gesellschaft eigentlich nicht existieren kann. Und sie berücksichtigen natürlich auch das, was die Bevölkerung eigentlich will. Denn das Grundgesetz trägt den Wünschen der Menschen Rechnung. Wenn man heute junge Menschen fragt, wie sie leben möchten, dann werden über 90 Prozent antworten, sie möchten eine klassische Ehe zwischen Mann und Frau mit eigenen Kindern. Und das Grundgesetz beweist daher sehr viel Wirklichkeitssinn, wenn es darum die klassische Ehe auch unter einen besonderen Schutz stellt. Da hat also nicht der Hund mit dem Schwanz gewackelt, sondern der Schwanz mit dem Hund. Konservativ denkende Bürger macht der Bundestagsbeschluss vom 30. Juni in doppelter Hinsicht betroffen. Einerseits werden gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften den Ehen von Mann und Frau rechtlich völlig gleichgestellt. Künftig dürfen sie also gemeinsam Kinder adoptieren. Andererseits ist der Begriff Ehe nicht mehr geschützt. Bislang sprachen man nur mit Anführungszeichen von einer Homo-Ehe. Künftig dürfen sich alle Arten von Lebenspartnerschaften Ehe nennen. Jeder kann also nun selbst entscheiden, wie er sich seine Ehe vorstellt, zum Beispiel bunt wie ein Regenbogen. Peter Carstens bringt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 2. Juli die neue Beliebigkeit der Ehe so ins Wort. Wie die Ehe euch gefällt. Vor allem die linken Parteien, also die SPD, die Grünen und die Linkspartei, die wollten sich ja nicht damit beglügen, dass gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften die gleichen Rechte bekommen wie die Ehe zwischen Mann und Frau, sondern sie beanspruchten ja auch noch das Institut der Ehe für die gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Wie beurteilen Sie diese Forderung? Ja, diese Forderung ist mit unserem Grundgesetz eigentlich nicht vereinbar. Denn Artikel 6 und auch die Beschlüsse, die Karlsruhe für die Ehe bisher gefasst hat, liegen ja eindeutig in der Richtung, die der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Papier kürzlich noch einmal beschrieben hat. Es geht eben immer klassisch um die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau. Insofern weckt das schon Zweifel an der Verfassungstreue dieser Parteien, die sich über diese eindeutig zu interpretierende Richtung des Grundgesetzes hinwegsetzen. Das Zweite, was man sagen muss, ist auch die Skepsis, die man anmelden muss in Bezug auf das Kindeswohl. Es ist in der ganzen Diskussion der Linksparteien ja nie erwähnt worden, welche Konsequenzen diese Einrichtung eigentlich für die Kinder hat, die nun einem neuen Beziehungswirrwarr ausgesetzt werden, wenn nun Doppelmütter oder Vater-Vater-Eltern und eventuell leibliche Väter, die durch ein Scheidungsurteil etwa entsorgt werden, das den Alltag der Kinder zusätzlich verkomplizieren. Man hat nicht den Eindruck, dass das Kindeswohl hier noch eine Rolle spielt und dass das Recht eines Kindes, mit Vater und Mutter aufzuwachsen, überhaupt noch bedacht wird. Mit der Ehe für alle ist dem einst christlichen Deutschland einiges aus dem Ruder gelaufen. Und mit dem Stichwort aus dem Ruder laufen sind wir bereits beim nächsten Thema. Im Bistum Ahiara in Nigeria ging es in den letzten Monaten drunter und drüber. Viele Priester wollten ihren neuen Bischof nicht akzeptieren. Der Grund? Der neue von Papst Franziskus eingesetzte Oberhirte gehört dem dort unliebsamen Minderheitenstamm der Igbo an. Die Ablehnung für Bischof Peter Ebere Okpaleke ging so weit, dass seine Weihe außerhalb des Bistums erfolgte. Nun hat Papst Franziskus eingegriffen. Er verpflichtete alle Kleriker des Bistums Ahiara, ihre Loyalität gegenüber dem Papst schriftlich zu erklären und sich für ihren Ungehorsam zu entschuldigen. Wer die gesetzte Frist von 30 Tagen nicht einhält, dem droht die Suspendierung. Der Papst trägt sich sogar mit dem Gedanken, das ganze Bistum aufzulösen. Die katholische Webzeitung Katnet zitiert Papst Franziskus am 11. Juni mit drastischen Worten gegen die Opponenten. Die Kirche ist Mutter und wer sie verletzt, begeht eine Todsünde. Vereinigt die Maßnahmen von Papst Franziskus gegen die aufständischen Kleriker in Südnigeria sind ja schon drakonisch. Warum lässt er hier nicht milde walten, der Papst der Barmherzigkeit? Was steht in seinen Augen hier auf dem Spiel? Für den Papst steht die Einheit der Kirche auf dem Spiel, für die er verantwortlich ist als Nachfolger Petri. Das Bistum Ahiara ist ja ein recht junges Bistum. Der Bischof, den Sie erwähnt haben, ist erst der zweite Bischof dieser Diözese. Und die Kleriker haben sich einen Anspruch angemaßt, der ihnen nicht zusteht. Sie wollten darauf bestehen, dass ein Nachfolger aus dem eigenen Bistum ernannt wird. Damit überschreiten sie ihre Kompetenzen. Denn die Wahl bzw. Nennung des Nachfolgers ist Aufgabe des Nachfolgers Petri, nicht des Diözesanklerus. Und insofern ist es nur konsequent, dass der Heilige Vater hier die apostolische Sukzession den Leuten auch einmal an der Personalpolitik deutlich macht. Man muss auch dazu sagen, dass das Kirchenverständnis dieses Bistums natürlich Fragen aufwirft. Denn die Ortskirche ist genau wie die Weltkirche eine Gemeinschaft der Getauften. Sodass die Stammeszugehörigkeit weder für das Priester noch für das Bischofsamt eine Rolle spielen kann. Zurück nach Deutschland. 20 Jahre ist es her, dass der katholisch geprägte Sender Radio Horeb an den Start ging. Die Anfänge im Allgäuer Alpendorf Balderschwang waren in jeder Beziehung bescheiden. Bescheiden, was die finanziellen Mittel angeht, die technische Ausrüstung, die Teamstärke, die Reichweite und die Zahl der Hörer. Heute erreicht ja Radio Horeb täglich mehr als 200.000 Menschen. Die katholische Tageszeitung, die Tagespost, berichtete am 20. Juni über die viertägigen Jubiläumsfeiern in Balderschwang unter der Überschrift Balsam für Ohr und Seele. Vereinig, Radio Horeb schreibt seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Was würden denn den Katholiken in Deutschland fehlen, wenn es Radio Horeb nicht gäbe? Ohne Radio Horeb würde den Katholiken in Deutschland ein Beispiel für ein ganz und gar gelungenes Medienapostolat fehlen. Radio Horeb macht es vielen Menschen heute möglich, in einer Gebetsgemeinschaft miteinander sich zu verbinden. Die Redaktion unterstützt auch die Seelsorge in den Vereinen, indem sie Kurse anbieten, Möglichkeiten sich in Fragen der Theologie und Philosophie weiterzubilden. Das sind ja gerade die Angebote, die heute in den immer größer werdenden Vereinheiten oft nicht mehr angeboten werden können. Und zudem gibt es vielen älteren Menschen auch die Möglichkeit, den Alltag zu strukturieren durch Gebete, durch die Heilige Messe, die in den Vereinen oft nicht mehr täglich angeboten wird. Und ich denke, Radio Horeb gibt auch in unserer Zeit ein sehr gutes Beispiel für die Eigenverantwortung, die die Laien wahrnehmen. Denn ohne die vielen Spender, ohne das viele Eigenengagement wäre dieser Sender ja in dieser Größe heute nicht am Leben. Ganz herzlichen Dank, Frau Einig, für Ihre Kommentierung und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München. Gerne, vielen Dank. Das war die katholische Presseschau mit Regina Einig von der katholischen Tageszeitung Die Tagespost aus Würzburg. Schön, dass Sie zugesehen und zugehört haben. Bis zur September-Ausgabe wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017